Hallo Leute, ja jetzt kam jetzt länger kein V-Lock mehr, was aber daran liegt, dass ich einen Bänderriss hatte und wenn ein Bänderriss ist es echt schwierig, irgendwie einen V-Lock zu machen, weil man einfach auch nicht richtig gehen kann. Ja, es ist jetzt in den letzten Wochen arschkalt worden, es hat jetzt glaube ich 2 oder 3 Grad an den Bergen, hat es jetzt auch schon Schnee, richtig heftig, da wo wir im letzten V-Lock waren, liegt jetzt auch schon Schnee, richtig krass. Ich gehe jetzt zu meinen Eltern mit dem Essen und ja, ich würde sagen wir sehen uns dann da. Ja Leute, ich bin jetzt beim Untersparer, wohne gleich mit meinen Eltern um die Ecke, allerdings werde ich bei meinen Eltern nicht filmen, weil die mögen das nicht und da mache ich das auch nicht und ja, ich würde sagen wir sehen uns dann nach dem Essen, ich gehe eventuell noch mit dem Hund. Ja Leute, ich bin jetzt mit dem Essen fertig, ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren, anschließend geht es nach Rosenheim, das ist relativ spontan, da ist irgendwie so ein Flohmarkt und so ein Markt generell und ja, da fahren wir spontan hin und da bin ich mal gespannt, was da so ist. So, nun sind wir da, ja es gibt einen normalen Markt und einen Rittermarkt, die Aufnahmen davon zeige ich euch jetzt. Der Mittelaltermarkt war richtig fett, vor allen Dingen gab es da dieses rote Bier, was ich da euch abgefilmt habe. Das war echt ein schöner Tag, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!